Er interessierte sich vor allem für den Himmel und das weite, flandrische Meer, denen man in Ostende immer begegnet. James Ensor, eine der großen und rätselhaften Künstlerpersönlichkeiten dieses Jahrhunderts, hat sich nie von seiner Heimat getrennt. Und der flämische Maler, Wegbereiter der Moderne, wusste auch warum. Weil das Licht hier so besonders ist und mich das Spiel der Sonne im Meer immer auffühlt. Musik Mitten auf die Strandpromenade des belgischen Nordseebahns platzierte man schon zu seinen Lebzeiten eine schwere Büste. Der Künstler grüßte sie auf seinen täglichen Spaziergängen und schmückte sie einmal amüsiert mit Trauerflor, nachdem ihn ein britischer Radiosender schon während der Kriegsjahre versehentlich für tot erklärt hatte. Wie Paul Gauguin und Vincent van Gogh gehört James Ensor zu den Einzelgängern und Außenseitern unter den Malern. Ein Genie, dessen geheimnisvolles Werk über die ganze Welt verstreut und jetzt in gleich mehreren Ausstellungen wieder zu entdecken ist. Populär wurde er als Maler der Masken. Sein berühmtes Selbstporträt von 1899 zeigt ihn umzingelt von allerlei grinsenden und bedrohlichen Larven. Ein programmatisches Bild. Ensors Welt ist anziehend und abstoßend zugleich. Leicht wiedererkennbar präsentiert er sich uns heute 50 Jahre nach seinem Tod als immer noch beunruhigender Zeitgenosse in der Nachfolge von Bosch und Bruegel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mehr als hundertmal hat sich der Künstler porträtiert. Selbstbewusst auch in der Manier eines Rembrandt. Jedoch mit einem verwegenen Frauenhut und einer übermütigen Pfauenfeder. Die Lust an der Travestie und der Verwirrung ist ihm schon früh eigen. Neben Antwerpen sind es die königlichen Kunstmuseen in Brüssel, denen die wichtigsten Ensor-Gemälde gehören. Der Ansturm ist groß. Die Jubiläumsausstellungen, die in verschiedenen europäischen Galerien gezeigt werden, sind Publikumsmagneten. Ende des vergangenen Jahrhunderts, als James Ensor der Malerei Neue Wege schuf, war er als Exzentriker verkannt und umstritten. Heute, ein Klassiker der Moderne, sind seine Bilder in umfassenden Retrospektiven selten zu bestaunen, da sie in privaten und öffentlichen Sammlungen von Tel Aviv bis Malibu verstreut und versteckt sind. Die sorgfältig konzipierte Ausstellung in Brüssel ist ein Glücksfall und von historischer Bedeutung. Vor 70 Jahren gab es im Palais de Boussard, fast am gleichen Ort, die erste Ensor-Ausstellung. Viele Raritäten sind in dieser Jahrhundertschau zu bewundern. Ein Schwerpunkt liegt auf seinem Oeuvre, das vor 1900 entstand. Ensors Bildwelten treffen heute auf eine Kunstsituation, in der sein Genie mit seinem radikalen, inhaltlichen Anspruch und der Farbenpracht gerade die jüngere Generation herausfordert. Den Ausstellungsmachern gelang es, frühe Jugendbildnisse aufzustöbern. Als ich 15 war, malte ich im Freien die Umgebung von Ostende. Diese kleinen, unprätentiösen Arbeiten, die ich mit Petroleum auf rosa Karton malte, erfreuen mich doch stets. Der Leuchtturm von Ostende, entstanden 1885. Ich widme mich ausschließlich dem Meer und habe Ostende, diese Stadt der Wunder des Himmels und des Wassers, so gut wie nie verlassen. Ich koloriere meine Bilder. In der Ferne sinkt das Meer, voller Permutt, voller Regenbogen, voller Opal. Die Badenden von Ostende, 1890. Provozierend setzte hier der Spott den Zeitgenossen zu, die der Maler bei allerlei unschicklichen Verrichtungen beobachtete. Ich feuere eine Breitseite auf die Strände von Ostende ab. Massenweise breiten Leute ihre Beine über den Köpfen anderer in einem unmöglichen Meer aus. Den Einfluss der nahen See mit ihren wunderbaren Lichtspielen empfindet Ensor als einen tollen Schrecken. Sie lebt in vielen Bildern, nicht nur in seinen schrundig aufgespachtelten Meervisionen, auch in den mit Kreide und Farbstiften komponierten Panoramen, die die Prüderie der Spießer und die Verlogenheit der Bürger karikieren. Zur Jahrhundertwende war Ostende ein mondänes Seebad, gerühmt als Nizza des Nordens. Ein geheimer Instinkt leitet mich an. Ein Verständnis für die Seeatmosphäre, die ich mit den Lüften einatmete, mit den perlenden Dämpfen einsog, aus den Wellen schöpfte und in den Winden hörte. Das fantastische Wogen der von Chimären bevölkerten Wolken, der Tanz der Täuschungen, das Kreischen der Möwen, die höchsten Klänge verliebter Sirenen und das langgezogene Heulen des Sturmes erfüllten mich mit erfinderischer Beschwingtheit und zügellosen Kühnheiten. Längst ist die Belle Epoque vorbei, aber ihren eher morbiden Charme versucht, die Stadt an der Nordsee in unsere Tage hinüber zu retten. Zumindest mit dem, was noch übrig geblieben ist nach der Zeit der großen Sanierungen. Eine milde Umschreibung für angerichtete Zerstörungen. Bald wird auch dieses Eckhaus, eingekreilt zwischen einem Topless Club und einer Bunny Bar, der Spitzhacke zum Opfer fallen. In der Mansarde, oberhalb der elterlichen Wohnung, hatte Enzo sein erstes Atelier. Er schuf an diesem verlorenen Ort sein Hauptwerk, in einem kurzen, ungemeinreichen Schaffensjahrzehnt gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts. Groteske Szenerien, deren Entstehungsort mit abgebildet wurde. Schreckensbilder aus der stillen Dachkammer. Skelette im Atelier. 1883, die entrüsteten Masken. Erstmals verwendet der Maler die Maske als ein Mittel der Entlarvung. Die Figuren erscheinen befremdlich stumpf, wie gefangen. Enzo's herrschsüchtige Großmutter, verkleidet als Hexe, und der verzweifelte Trinker. Ein trauriges Porträt seines Vaters. Die Enzo's lebten nach dem Ruin des Vaters, eines Ingenieurs, alle unter einem Dach. Der Blick aus der Mansarde in die Flanderenstraat, über den Dächern von Ostende. Unten tummelt sich das Volk, formiert sich zu Umzügen, Musikparaden, Maskenfesten. Eine erste Auseinandersetzung mit der Masse Mensch, unerklärlich erstarrt und dennoch bewegt. Das Geflirr unzähliger Wimpel mit dem Selbstporträt des gefeierten Malers schmückt die Fußgängerzone in seiner Geburtsstadt. Ostende ist heute stolz auf seinen berühmten Sohn, den es als Bürgerschreck und gefährlichen Maler revolutionär geächtet hatte. Eine Spurensuche eröffnet hinter den abwegigsten Topografien wahre Schätze. In der Nachbarschaft von kleinen Puffs und duftenden Frittenbuden, ein bescheidenes Bürgerhaus. Heute als Ensor-Museum liebevoll geführt, war es für 32 Jahre das skurrile Domizil des Künstlers. Er erbte von einer Tante einen florierenden Andenken und Kitschladen, den er aus Pietätsgründen behielt und nicht veränderte. Und hier findet sich auch heute noch Ensors Welt en Detail. Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Großeltern besaßen in Ostende einen Laden mit Muscheln, Spitzen, ausgestopften, seltenen Fischen, alten Büchern, Stichen, Waffen, chinesischem Porzellan. Ein unentwirrbares Sammelsurium der unterschiedlichsten Dinge. Meine Kindheit wurde von wunderbaren Träumen geprägt. Und das Verweilen in dem Laden und bei der Großmutter, die vom Widerschein der Muscheln und von den aufwendigen Spitzen geradezu erleuchtet wurde, die seltsamen ausgestopften Tiere und die schrecklichen Waffen von Wilden flößten mir Angst ein. Dieses außergewöhnliche Milieu hat meine künstlerischen Neigungen geweckt und meine Großmutter regte mich immer wieder an. Ich habe aus Deutschland rund 100 bizarre Masken kommen lassen. Ich habe sie im Atelier aufgehängt und der Effekt ist packend. Ich bin von den Treibjägern gehetzt worden. Also habe ich mich freudig in die Einsamkeit zurückgezogen, wo die Maske herrscht, hinter der sich Gewalt und Glanz verbergen. Und die Maske stachelt mich zur Frische, zur überspitzten Ausdrucksweise, zum pompösen Dekor, zu großen, überraschenden Gesten, zu unzusammenhängenden Bewegungen, zu herrlichem Wirbel an. Masken als Metaphern für ein groteskes Welttheater, als Phantome der Hellsicht, die entlarven und eben nicht verhüllen. Grelle Schattierungen mit leuchtenden Farbinseln, überraschende Weißlegierungen und immer wieder Ausbrüche von Rot und Blau. Ihr Schöpfer bescheinigt seinen Dämonen Mokant, Zärtlichkeit und Hübschheit. Purpuren, Azurblau, Perlmuttern, muschelig, austernhaft, überprägt, gestreift, steinbuttig, bärtig, stockfischig, schollig, spitzbübisch, mit Fantasie gefüllt, sind sie nach Herzenslust ausgelassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Enzor versäumt es nie, seinen gespenstischen Masken eine Mitteilung über den Tod hinzuzufügen. Die Apokalypse ist in seinen stärksten Bildern immer präsent. Der Flirt mit dem Tod scheint ein Teil seiner Existenz. Enzor inszeniert mit seinen Freunden eine Maskenpyramide. Das Feiern des Karnevalsendes zelebrieren sie als Totenmesse. Der Künstler stülpt sich selbst eine hohe Fellmütze über, das Kennzeichen der von ihm gehassten, bigotten Ordnungshüter. Der Maler liebte das anarchische Treiben des Karnevals. Er begründete die ostendische Tradition des berühmten Maskenballs der Toten Ratte. Noch heute wird er, auch als eine wilde Hommage an Enzor, im Churcasino alljährlich am ersten Märzwochenende ausgelassen gefeiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Drag Queens aus London Rheinische Kostümfetischisten, holländische Transvestiten, vielerlei muntere Enzor und Ballfans zieht es zum Fest der Toten Ratte in das abgelegene belgische Seebad. Es ist erstaunlich, wie gut die Verwandlungskünstler mit den bisweilen durchaus ekelerregenden Motiven des Malers vertraut sind. Auch an Enzors Rolle als früher Ökologe, als Tierschützer und Gesellschaftskritiker wird mit fantasievollen Masken erinnert. 1891 entstand sein sarkastisches Bild, die guten Richter. Mit Vorliebe zielten seine Attacken auf die Drahtzieher im Lande, auf Justiz und Kirche. Grausam, korrumpiert, apokalyptisch. So artikuliert Enzor die fin de siècle Stimmung. Er klagt die umweltzerstörenden Architekten an und mokiert sich über die Schandtaten massakrierender Ärzte. Kein Wunder, dass sich der couragierte Künstler mit diesen Angriffen in der Bourgeoisie keine Freunde machte. In Enzors Leben und Werk tauchen sie immer wieder auf. Die Blaskapellen, Marschumzüge, die Prozessionen der angeblichen Respektspersonen, deren Vorbildcharakter er anzweifelt. Er verwendet ein drastisches Vokabular, schießt auf die Schleimscheißer und bellenden Soufflöre. Er sei gekommen, den Bourgeois zu ärgern, den fetten Ideologen zu erzürnen, den Spötter zu sterilisieren. Während 30 Jahren habe ich Greifer entmuffelt, Hasenherzen abgeduscht, Eigenliebe fettwanstiger Professoren gekitzelt, Allmächtige Magister makaronisiert. Hier habt ihr, liebe Freunde, den Gewichtigsten meiner Titel. Ich habe den abgeschmackten Gecken auf immer entstellt. Hinter den Masken und Paraden sah der Maler das entsetzliche Nichts. In dem merkwürdig melancholischen Ostende ist Ensors makabre Welt eindrucksvoll nachzuerleben. Sein englischstämmiger Vater, das einzige Familienmitglied, das ihn in seinen künstlerischen Neigungen unterstützte, ging in der spießigen Welt der flämischen Provinz mit 52 Jahren auch am Alkohol zugrunde. Meine Mutter ernährte mich mit Pralinen und Bonbons und eine liebe Tante löffelte mir überzuckerte Milch ein. In vielen seiner frühen bürgerlichen Interieurs porträtierte der Künstler seine jüngere Schwester Mitch, die bis zu ihrem Lebensende bei ihm lebte. 1881 entstand dieses melancholische Bild der Schwester als dunkle Dame. Eine familiäre Horrorszene. Mitch war von einem chinesischen Kaufmann geschwängert und kurz nach der Heirat verlassen worden. Ihre Tochter ehelichte mit 15 Jahren den Kruppier des Ostender Spielcasinos. Ensor lieferte einen bitteren Kommentar zu seiner familiären Umgebung. Dieses Bild einer derben Austernesserin führte zu einem Skandal in der belgischen Kunstwelt. Die hellen Farben, die gewagte Komposition, alles schockierte die damaligen Kunstrichter und die Salons. Ensor wurde nicht verstanden und immer wieder abgewiesen. Dabei besticht gerade dieses Werk durch seine thematische Originalität. Spöttisch nannte man ihn den Kaiser der rosa Muscheln. In seinem Stilleben sucht Ensor die Effekte des Lichts, das die Gegenstände deformiert und ihm eine neue Farbskala eröffnet. Er nutzt provozierende Farbkombinationen. Rot stößt auf Orange. Die Muscheln sind oftmals eine Anspielung auf das weibliche Geschlecht, zu dem der Künstler ein zwiespältiges Verhältnis hatte. Gemeinde hat er bei seinen Vollzeit für zusammenzufangen. Das war die Trhe wvision. Stilleben zять. Seine Spaziergänge führten James Ensor oft zum Fischmarkt. Die Farbenvielfalt stimulierte ihn. Er empfand diesen Ort als den malerischsten der ganzen Stadt. Die Kunst des Abweichlers fand hier ihre bestürzenden Motive. Weit weg von der Szene in Paris oder den Brüsseler Salons bediente er sich der Vulgarität des periferen Küstenstädtchens Ostende. Wie Gauguin und Van Gogh lebte er bewusst abseits der Kunstmetropolen. Wie sie blieb er eine illustre Randgestalt in der Geschichte der modernen Malerei. Ein skurriler Eigenbrötler, dessen Geschmack nicht mit dem Zeitgeist vereinbar war. Dabei ist sein ironisches Feuer ungebrochen. Im Gemälde der Rochen scheint sich der befremdliche Fisch aufzurichten und den Betrachter spöttisch und herausfordernd zu begaffen. Ostender-Volkstypen sind seine melancholischen Fischweiber von 1892. Erloschene Frauen, die nichts mehr zu erwarten haben. Ihre Gesichter starr wie Masken. Und einmal mehr tauchen feixende Totenschädel als Voyeure auf. Weiß und nochmals weiß. Der reine Ton. Auch das ist neu. Die Verwendung von Korallenweiß als Farbe der Lebenswunde. Das Bild Die Trinker stellt die verzweifelten Fischer seines Heimatortes dar, die keine Arbeit haben. Es mag jedoch einmal mehr auch eine Reminiszenz an seinen geliebten Vater sein, der in Ostende als Alkoholiker verspottet wurde, ausgehalten von seiner Frau, tyrannisiert von allen weiblichen Familienmitgliedern. Irgendwo im Zentrum von Ostende eine wunderbar melancholische, auch eine schaurige Hommage an den Meister. Tempi Passati Das Heraufbeschwören von alten Zeiten, die vielleicht gar nicht so romantisch waren, jedenfalls nicht für den jungen James Sidney Eduard Ensor. Der war sein Leben lang von Frauen umringt, umzingelt. Von der Großmutter, der Mutter, der Schwester, später der Nichte, der Tante Mimi. Mit ihnen allen lebte er lange unter einem Dach, löste sich niemals aus ihrem Einflussbereich. Und als er 1888 Augusta Bogarts kennenlernte, eine ehemalige Verkäuferin im Andenkenladen der Großmutter, wurde diese Mésalliance von den dominanten Frauen der Familie nicht geduldet. Man entließ Augusta, James heiratete sie nicht. Bis zu ihrem Lebensende blieben die beiden jedoch einander verbunden, Wohl in einer unkörperlichen Beziehung. Ensor soll immer ein keuscher Liebhaber gewesen sein. Augusta und Ensors frühreife Nichte. Seine Zuneigung zu diesen Frauen konnte er nur auf der Leinwand artikulieren. Der Ruf der Sirene, so nannte er 1893 dieses Doppelporträt. Augusta lockt den zitternden Maler ins Wasser, zu sich. Ins Verderben? Was sich heute dem Besucher in Ostende als originelles, einzigartiges Malerdomizil präsentiert, ist immer mehr als ein Dekor gewesen. Es war ein unvergleichliches Gehäuse, mit dem Maler verbunden wie die Schale mit einem Meerestier. Untertitelung des ZDF, 2020 Belassen mit authentischem Mobiliar war der blaue Salon zugleich Empfangszimmer und Werkstatt, Speiseraum und Atelier. Kopien haben die Originale abgelöst. Eine Städte, in der auch das Grauen zu Hause ist. Über den Sofakissen die Reproduktion von Ensors Riesigen. Das war ein sehr wichtiges Schlüsselbild, das er in Etappen auf dem Boden malen musste. Der Einzug Jesu Christi in Brüssel. Von diesem Gemälde hat sich der Künstler Zeit seines Lebens nicht trennen können. Es hängt heute als Prunkstück des Paul Getty Museums in Los Angeles. In der Brüsseler Ausstellung kann man das Jahrhundertbild nur als Ektachrom sehen. Die Kalifornier geben diese Inkunabel der modernen Malerei aus konservatorischen Gründen zu keiner Reise mehr frei. Das 1888 gemalte Riesenformat ist eine Chiffre über Macht und Ohnmacht der Massen in den Großstädten. Mit seinen Anspielungen auf Literatur, Politik und Kunst ist es eine Allegorie auf die Welt. Vergleichbar mit den Schreckenspanoramen eines Hieronymus Bosch und eines Peter Bruegel. Als Expressionismus vor dem Expressionismus, so hat man dieses schwer zu dechiffrierende Werk einzuordnen versucht. Eine groteske Attacke auf den bürgerlichen Biedersinn. Alle Widerlinge der Welt werden auf der Leinwand vorgeführt. Inmitten des Getümmels Enzor selbst in der Rolle eines schmächtigen Jesus Christus, auf einem kleinen Esel in Brüssel einreitend. Brüssel wurde für James Enzor nur für kurze Zeit zu einer Zwischenstation. Er wohnte in Dachkammern rund um den Rathausplatz. Der junge Sonderling verkehrte in den anarchistischen und liberalen Kreisen reicher Freunde, die ihm später nützlich waren, Mäzene und Sammler für seine fremdartigen Bilder zu finden. Die drei Jahre, die er an der Kunstakademie studiert hatte, sah er als verlorene Zeit an. 1880 verlasse ich ohne weitere Umstände diese Dose für Kurzsichtige. Ich habe von Antike bereits genug. Ich bin satt und besoffen vor lauter Antike und niedergesäbelt von den Komplimenten, die meine plappernden Professoren auf mich abfeuern. Das Jahrzehnt nach seinem ruhmlosen Abgang von der Königlichen Kunstakademie in Brüssel wird für den unorthodoxen Maler zum Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens. Gleichzeitig ist er in Ostende isoliert, resigniert. Er fühlt sich unverstanden. Seine Werke verkaufen sich nicht. In einem Anfall von Verzweiflung versucht er 1893 sogar, alle Bilder seines Ateliers zu einem Spottpreis von 8500 Francs zu verhökern. Doch keiner meldet sich. Der Tod in Form von Skeletten und Schädeln wird zu Enzors Gefährten, zu seinem alter Ego. Sei es aus Spott oder aus Angst, er freundet sich dauerhaft mit dem Tod an und vergleicht das Leben, dem jede Todesangst fehlt, mit einer platonischen Liebschaft oder einem risikolosen Spiel. Ein Selbstporträt mit dem eigenen Kopf als Totenschädel entsteht. Der Tod ist der Organisator und Spielleiter des großen Lebenskarnevals. Skelette im Streit um einen sauren Hering. Eine wunderbar makabre Inszenierung von 1889. Skelette melden menschliche Bedürfnisse an. Sie wärmen sich an einem Kanonenofen. Die Verwunderung der Maske Wohse. Vielleicht ist es einmal mehr Enzors Großmutter, die hier im Unterkleid mit langnasiger Maske vor dem in wohlüberlegter Unordnung am Boden angeordneten Karnevalplunder posiert. Als eine Abrechnung mit den Kunstkritikern seiner Zeit gilt dieses böse Streitbild von 1891. Immer wieder griff Ensor polemisch in seine Gegenwart ein. Am Vorabend zum Ball der Toten Ratte gibt es, auch im Gedenken an James Ensor, turbulente nächtliche Umzüge in Ostende. Ah, man muss die Masken unter unseren weiten opalfarbenen Himmeln sehen, wenn sie mit gruseligen Farben besudelt voranschreiten. Elend, gekrümmt, erbärmlich im Regen. Welch bedauernswerte Entgleisung. Verstörte Wesen, zugleich aufmüpfig und schüchtern, brummend und kreischend, mit schrillen Falsettstimmen oder entfesselten Trompeten, makabre Tierköpfe, irritierte Freuden, verblüffende Gesten, ungebändigte, verstörte Viecher. Ich bin noch immer in die Masken verliebt. Ich habe sie, ohne ihrer überdrüssig zu werden, bei allen erdenklichen Gelegenheiten verwendet. Enzor ist der entscheidende Wegbereiter des Surrealismus. Er gilt als einer der ersten Künstler, der die Gespaltenheit des Menschen zwischen dem Ich und dem schönen Schein der Welt ergründet. Als radikaler Einzelgänger analysiert er ihre dunkle Seele und verleiht ihr in seinen visionären Bildwelten Ausdruck. Enzor hat seinen Höhepunkt als Maler überschritten. Da wird der Außenseiter aus Ostende plötzlich in Brüssel salonfähig und mit Ehrungen und Anerkennungen überschüttet. Anlässlich der großen Enzor-Retrospektive zur Eröffnung des Palais des Boussards 1929 wird der Maler von König Albert I. zum Baron geadelt. Launisch wählt Enzor einen Notenschlüssel als Wappen. Bewusst setzt er aus dem fernen Ostende einen unverändert makabren Kontrapunkt zu den gesellschaftlichen Glanzlichtern der Hauptstadt. Er malt weniger und schwächer. Er empfängt, er geht spazieren, hört zu, lächelt und schweigt. Und er posiert am Klavier inmitten seines Oeuvres. Die Brüsseler Ausstellung zeigt einen Amateur-Stummfilm, der Greisemaler als Musiker. Ah, la vie n'est qu'une palpitation. Et l'histoire d'Isel fut l'histoire de ma peinture. En voyant du noir, j'ai vu surtout du rose. Vision iriside des peintres de l'espace, vision de Narcisse malmenée par Pluton. Er liebt die schwarzen Tasten und widmet sich mit Hingabe der leichten Unterhaltungsmusik. Er komponiert und entwirft eine Ballett-Pantomime, die Tonleiter der Liebe. Es ist die Geschichte eines Flirts unter Marionetten. Schauplatz des ersten Aktes ist, ausgerechnet, ein Kuriositätenladen. Die heiteren Kostüme, die er für La gamme d'amour schneidern lässt, entsprechen den freundlichen Farben, für die er sich in seinem Alterswerk entscheidet. Er komponiert mit kindlicher Freude einen Walzer für die Ostender Rotaria und wird zum Ballett-Eleven. Mit seiner Waghalsigkeit ist es vorbei. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Eifersüchtig auf seine Einsamkeit bedacht, macht sich der Baron Ensor rar, abgeschirmt von seinem treuen Diener. Er hört nicht auf, sein alterndes Gesicht zu erforschen, auch wenn er es sich jetzt zwischen seinen Schreckensmasken bequem gemacht hat. Freunde schenken ihm ein Harmonium. Es wird zu seiner letzten Leidenschaft. Jetzt ertrage ich den Klang eines Klaviers nicht mehr. Ich finde ihn schrill und eintönig. Viele glückliche Stunden habe ich bereits an dem schönen Harmonium verbracht. Es ist das Instrument des Malers. Und die vollen rätselhaften Klänge erinnern an die großen, mächtigen Töne gewisser alter Gemälde. Das Kunstmuseum von Ostende ehrt den Maler, Musiker und Schriftsteller James Ensor mit anrührenden, skurrilen Hommagen. Der Besuch seiner Heimatstadt gibt überraschende Aufschlüsse über das Werk und die Lebenswelt eines der rätselhaftesten europäischen Künstler. Bis heute hat er ganze Malergenerationen beeinflusst. Im Rathaus von Ostende gibt der alternde Meister seinen jungen Malergenossen einmal folgenden Ratschlag auf den Weg. Keine Wände, keine Trennungen, weder Schlüssel noch Schlösser. Auch keine gemalten Vorhängeschlösser. Nur Empfindsamkeit und Liebe. In seinen beiden letzten Selbstporträts sieht er sich wie immer von weiblichen Dämonen umzingelt. Jedoch auch neckisch mit einem Kneifer und einem Bowlerhead. Fast 90-jährig stirbt er 1949 in Ostende, wo er in den Dünen begraben ist. Bescheidenheit des Malers gegenüber der Natur. Vorstellungskraft voller Träume. Arbeiten, die vom Wind ernährte und umspielte greifbare Formen oder Figuren beinhalten. Farben, die vom Meereswind aufgefrischt sind. Gesten, die von Luftspiegelungen vergrößert und verformt sind. Und ich liebe die Sirenen. Und ich liebe die blonde Venus mit ihren Muscheln, die den leuchtenden Seiten des Meeres entsprungen sind. Gesten, die von Luftspiegelungen vergrößert und verformt sind. Gesten, die von Luftspiegelungen vergrößert und verformt sind. Gesten, die von Luftspiegelungen vergrößert und verformt sind. Untertitelung des ZDF, 2020